Mein Name ist Uwe Skripschinski. Ich kandidiere für das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlung für Berlin-Reininkendorf-Ost. Ich bin Mitglied der Partei Die Basis, die mit ihren vier Säulen Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwammintelligenz für genau die Werte steht, die in einer sozial gerechten Gesellschaft ein friedliches Miteinander möglich macht. Große Sorgen macht mir derzeit der Krieg in der Ukraine. Mit Worte statt Waffen drücken wir aus, dass Sanktionen und Lieferung von Waffen in der Geschichte noch nie Frieden gebracht haben. Diplomatische Gespräche unter einer neutralen Verhandlungsleitung sind dringend notwendig. Es spricht vieles dafür, dass Russland unter Verletzung des Völkerrechts in die Ukraine einmarschiert ist. Nur hat uns Deutsche die Frage einer möglichen Völkerrechtsverletzung bei den vielen kriegerischen Auseinandersetzungen der USA im letzten halben Jahrhundert nie interessiert. Umso mehr sollten wir uns sofort für Verhandlungen stark machen. Helmut Schmidt hat einmal gesagt, lieber 100 Stunden umsonst verhandeln, als eine Minute schießen. Täglich sterben viele Menschen auf beiden Seiten. Das muss aufhören. Sofort. Der Wunsch nach Frieden steht natürlich über allem. Jedoch gibt es in Berlin viele Baustellen, die über Legislaturen nicht angepackt wurden. Ja, die sich sogar noch verschlimmert haben. Wir, die Basis, haben dazu viele Lösungsvorschläge. Der 12. Februar 2023 bietet eine große Chance, etwas zu verändern für uns und für unsere Stadt Berlin. Die Tatsache, dass die Wahl wiederholt wird, sollte uns daran erinnern, dass wir nur etwas ändern können, wenn wir uns selbst um die Dinge kümmern. Also bitte, gehen Sie wählen und drücken Sie dem aktuellen Politchaos den Nicht-mit-mir-Stempel auf. Ich bitte Sie als Direktkandidat im Wahlkreis Berlin-Reinickendorf-Ost um Ihre Erststimme. Mit der Zweitstimme unterstützen Sie die Partei die Basis. Nur gemeinsam können wir etwas ändern. Packen wir es an.